hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute mal wieder auf die jagd nach dem ticket und heute wieder spielen guardians of gloria viel spaß ok wir gehen hier erst einmal die ganzen punkte wieder durch da jetzt ein auswort eintreten Teleportieren? Herausforder? Einreden? Aktualisieren? Beitreten? Was ist das? Okay! Ach, dann nicht. Keine Ahnung, was soll ich... Nehmen wir die anderen roten Punkte. Gibt's hier was umsonst? Nein, gibt es nicht. Hier auch nicht. Event! Ich hab nicht gesagt, das ist gut. Abholen? Das kostet alles Geld. Nein! Nein! Dann war ich hier. Wir haben einen Punkt. Hier ist... wir haben wir hat es beschwungen Zu! 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 Bestätige Da war noch ein roten Punkt Geh ich in den Shop eintreten Nix dabei Abholen Verbessern Öffnen Ok Tauschen Ok Ohne Und da geht die Klappe hoch 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 2700 Ok Ok Platzieren Ok Platzieren Ich gehe mal hier nochmal Ersetzen Entwickeln Entwickeln Bestätigen Entwickeln Bestätigen 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 Prost 3600 3043 Verfeinern Objektiv TWh E Wiß Licht ? Ich gehe mal hier Ok Ich gehe mal hier oh 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 fettish ich habe fettish oh oh da unten aber noch was abholen da war jetzt wieder was schwarz macht so jetzt wieder hier bei Anglöste aber was war jetzt so keine Ahnung ein eins herausfordern herausfordern ha antik da ist der rote Punkt also muss ich da rauf ach da oben ich dachte doch ich muss mich herausfordern meine die traur ist da hier oben eine kleine Gäste wo da draufsteht rote Punkte das gibt es da nicht noch mehr rote Punkte das ist da hier oben denke ich ne immer noch weiter 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 also das bestimmt alles alles alle rote weg Punkt weg ja ok hier freunde noch mail du 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 das du 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 Appoint Lesson Lesson Abholen, Löschen, Abholen, 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 Löschen, 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 liquus, Alles leschen Ok, haben wir das alles auch fertig? Richtig Hauptquest? Nehmen wir erstmal eine Nebenquest Äh, diese hier. Ok, ich muss hier rein. Hier rein. Ich kann noch nicht. Verfügbare Aktivität in Ruhe. Oh Mensch! Dann nehmen wir den hier. Abholen. Abholen. Haben wir gemacht. Abholen. 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 Ja, wenn sie schwierig ist, dann lieber nicht. Klicke, was du hast. Eisbots. Aktiviert. Oh, das. Oh, was der Punkt. Das. So. Oh, ok. Level 60 muss ich werden. gut. Das. Ich kann das. Ich kann das mal. Ich kann das mal hinlegen. Warum das, Rotenzen? Eingesetzt! Schauen wir erst mal die Gäden. Aufstieg! Ok, da können wir Aufstieg machen. Aufstieg. Verstätigen. Und Aufstieg! Achso, ich brauchte drei. Verstätigen. Und dann haben wir noch hier einen Aufstieg. Den haben wir doch mit 8 von 3. Da ist der Wolf weg. Ja. Also mach ich das nicht. Wenn das nur die hier wäre, wäre ja ein Schlimmer. Ne, 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 ne. Der einzigste Wolf. 2 darf man und darf nein, das ist der einzigste, ist es. Ja, dann würde ich mal sagen, hast du das hier mit auch? Den Pickle. Oh, das war das. Den Buschbruch. Aufstieg. 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 doch noch nicht machen dass das ok verstehe ich aber mache ich nicht hier habe ich lieber mit der roten flamme und ein acht da ist okay das ist alles abgehende tiere auf der 60 auf der 60 der ist so kurz davor das tier hilft gerade nicht möglich nicht genügend tiererfahrung nach mensch das Zunächst. Verbesser. Jetzt erstmal nicht. Oh, jetzt kann ich die Schatzung wirklich machen. Ja. ...Sky Tower. ...Sky Tower. Ach, die Fickse sich hier immer wieder. ich bin nicht wirklich skydower dann gehe ich jetzt aber jetzt was ist denn das hier für eine da rennt mir die ganze zeit hinterher aber ich weiß doch gar nicht warum barrenge Okay. Ach, ja. Fährig, Stein, Papier. Kampf. Stein, ich hab gewonnen. Papier. Pissi, oder? Okay. Der geht ja eigentlich nur da hin. Der geht da nur da hin. Und er geht da hin. Fertig. Schöne Spiele. Also, das muss ich einmal kaufen, anscheinlich. Oh, schau. 52 ich bin im team und darf das hier nicht so eine schweinerei 5,5,5,3 2 warum nur die 2? ok Schutz Suche 24 gut geht das für euch im team nun wahrscheinlich? wie konnte man das team aufnehmen? Outfit gratis was kriege ich für ein Outfit? Knöpfe na super na super na super das war doch irgendwo so ein Watte mit dem team ja? wenn ich das jetzt nur finden würde äh verlassen verlassen ja das ist so das ist wie ist das? Wee! Wee! Pumbaa! Wee! Wee 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 wee! Der psychologically ist ja so viel. geht. Oh, eine Bombe. Eine Bombe darf ich nicht. Das war schlecht. Das war schlecht. Also ich glaube, das geht mit dem Finger besser. Okay, ich mache das. Okay, ich mache das. Okay. Weitreten. Oh man. Hey, wir sind voll. Los, let's go. Wo bin ich? Hier bin ich. 52. 50. Okay. Ja, kurz schauen wie spät es ist. Was ist gleich los? 15 Minuten geht noch. Okay, ich mache das. Okay. Yeah. Okay,icky. Das war's. Ah, jetzt muss ich zu 50 Monster stehen. Oh! Everpaw. Ja, 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 ja. Ich komme auch noch mal wieder. 51. 52. Ich bin auf dem zweiten Platz. Boah, der Einige. Der Level 85er ist das wahrscheinlich. Das ist das wahrscheinlich nicht. Ja, das ist das. Gut. Gut, haben wir das gemacht. Aber habe ich das jetzt schon geschafft oder nicht? Oh, jetzt. Los! Gold. Ich brauchte einen anderen Baden. Äh, mit einem anderen Baden. Ach, nur die langen Baden, den ich brauchte. Hm. Ja. 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 Wann kriege ich's denn da? Da steht noch nur 6 Gold-Baren, 6 Silber-Baren, aber keine Gegenstände. Ah, ist da doch noch schön. Schön! Jetzt auch auf-leveln, auf-auf-leveln. Ja. Ja, das ist das so. Das ist das so. Das ist das so. Oh, jetzt habe ich automatisch gemacht. Okay, dann sind hier zwei. Da ist der Fuchs noch. Da habe ich Teil fehlen. Tut mir leid, meine Tierchen, ich musste euch opfern. Gut, ähm, hochziehen. Ready to grabe the Sky Tower? Starry. Uh. Waterstars. Wegfindung. Überleg noch, wie komme ich da hin? Okay. 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 Ich schließe einen Fest. Und ein Heldenquest. Schließe acht Heldenquest. Haltfest. Hup, alle mischen. Wir platzieren. Zurückgegeben. Lieber nicht für dich sagen. Oder? Dann ist der noch da und der noch da und die anderen angelegen. Oder machen wir alles. Jetzt kann ich vielleicht den einen hier auf Level 60 machen. Oder nur vielleicht vier vierzeig durchbraten. Oder nur vielleicht vierzeig durchbraten. Oh. Level 60. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Beim nächsten Mal habe ich Level 60. Bestimmt. Also bin ich bei. Ähm. Himmelsruhne. Ja gut. Ich würde mal sagen, das war es für heute. Ich habe jetzt auch hier diese hochziehen und Hauptquests. Dann habe ich noch diese beiden Quests. Und das dauert noch. 56 bin ich. Noch viele mir fehlen hier. Das ist verfügbar. Was ist da noch? Ah, ich habe eine Stunde gespielt. Oh. Schön, sie spielt. Na gut. Ich würde aber sagen. Und Dankeschön für's Zuschauen. So, komme ich nicht raus. Ich mache was so. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr erfolgreich seid. Bis da. Auch viel Spaß und das Wiedersehen. Tschülich. Alice. K.